Jetzt werden wir ein schönes Training bekommen von... Ich werde mal klopfen. Das gehört sich so. Was willst du, du kleine Ratte ohne Rückgrat? Hm. Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Das Kaltwissen, wie der Schwertmeister lebt. Machen Sie doch bitte die Zigarre aus. Versuchen wir es doch mal. Machen Sie doch bitte mal die Zigarre aus. Ich kann mich ganz konzentrieren hier. Sie schaden ihrer Gesundheit und es riecht scheußlich. Natürlich, ich drücke sie sofort aus. In deinem Gesicht. Ähm. Vielleicht gehe ich einfach. Gute Idee. Flup. Zu ist es. Na gut, der Spaß musste mal sein. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine sehr schöne Szene hier. Wir haben eine schöne Nachtszene, ein wunderschönes Haus. Gemütlich beleuchtet der Sternenhimmel. Also eigentlich richtig zum Wohlfühlen. Aber wir haben keine Zeit zum Schmelgen, sondern wir müssen hier uns trainieren lassen. Was willst du? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Besser als der Schwertmeister? Du? Du? Du könntest noch nicht mal halb so gut wie Carla werden. Selbst mit stundenhärtestem Training. Ich erinnere mich, wie Carla und ich im Po-Royal kämpften. Die Regierungstruppen hatten uns eingeschlossen. Es sah aus, als sei das unser Ende. Doch, dann sagte Carla. Äh. Ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Das bin ich doch. Das bist du nicht. Jetzt machen wir es mal so, wie die beiden Fettuccini Brothers sich gegenseitig betteln. Bin ich doch. Bist du nicht. Bin ich doch. Ich mag deinen Kampfgeist. Ich tue, was ich kann. Natürlich kostet das eine Kleinigkeit. Wie viel hast du? Ich habe die 30 Goldstücke. Ja, dann sind wir uns einig. Lass mal dein Schwert sehen. Hm, das ist natürlich ärgerlich, weil das ist gar nicht mal das Schwert, was ich eigentlich gekauft habe. Aber das ist ja dieses Schwert, was unten verrostet quasi im See lag. Oder auf dem Ozeanboden. Ja, das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Okay, du Weichling. Zieh ein Schwert und zeig, was du drauf hast. Bursche. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber durch diese Litschak-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht. Also habe ich keine Wahl. Ich brauche das Geld. Ja. Ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt, das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstück-Bindung, die ich zwischen uns so fühle. Ich lasse dich antreten gegen... Maschine. Äh, Maschine? Wird das wehtun? Huch. Geh auf mich los. Keine Angst. Du kannst dir nicht wehtun. Abstand. Abstand. Pass auf deine Beinarbeit auf. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Abstand. Abstand. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Wenige Stunden später. Langsam kriegst du den Bogen raus. Noch ein paar Stunden später. Das ist eigentlich günstig, ne? Für 30 Gold-Teiler. Nicht schlecht. Du bist gut in Form. Nun eröffne ich dir das wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es ist nicht immer die Taten, sondern auch die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Profis, die erledigen ihren Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir folgendes vor. Wir kämpfen ungestüm gegeneinander. So wie Carlo und ich damals in Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit So. Und jetzt fängt quasi so der etwas, naja, der langweilige Teil würde ich jetzt nicht sagen von The Secret of Monkey Island, sondern so ein bisschen der, ja, was sich so extrem nach hinten zieht. Denn wir müssen sehr viele Beleidigungen lernen. Und die muss ich mir immer aufschreiben, weil ich kann die echt nicht mehr merken. Also, die eine Sache ist, Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie ein dummer Bauer. Ihr könnt natürlich auch gerne das Video jetzt vorspulen oder vielleicht eines der nächsten Videos angucken, denn das wird etwas dauern. Deine Mutter aber auch. Ist natürlich nicht die richtige Antwort. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Du solltest antworten mit etwas wie, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Verstanden? Es ist ein mecherscharfer Verstand, der den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir Folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie einen Schaschlik. Du antwortest mit Schwert durchbohren wie Schaschlik. Und meine Antwort ist, muss ich mir aufschreiben, aber die Antwort habe ich noch nicht notiert von der ersten Beleidigung. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du wie eine Kuh. Und ich meine, die Antwort auf Schwert durchbohren wie ein Schaschlik heißt irgendwie, da mach nicht so rum wie mit einem Staubwedel oder irgendwie sowas. Rum wie ein Staubwedel. Schade eigentlich, dass man das wirklich nicht überspringen kann. Denn bei Monkey... Quatsch, bei Monkey Island. Wir sind ja bei Monkey Island. Bei Indiana Jones kann man die Kämpfe irgendwie... ja, überspringen. Das wird mich nicht schrecken. Ich sehe, du hast noch leichte Probleme. Seufz. Die richtige Antwort dazu, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik, lautet. Oder wäre etwas gewesen wie... Dann fuchtel nicht so rum wie mit einem Staubwedel. Na gut, das habe ich noch gut in Erinnerung. Wunderbar. Nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Tschüss. Das ging jetzt schnell. Ich würde irgendwie auch nicht das Gefühl los, dass ich reingelegt wurde. Oder wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt ähnlich. Nö. Aber es hätten ein paar mehr Beleidigungen sein können. Denn das ist noch eine Riesenliste. Das müssen wir mal schauen. Wir haben hier hässlicher Pirat, hässlicher Pirat, blutrünstiger Pirat. Anhand der Bezeichnung, anhand des Adjektivs, ist auch ein bisschen beschrieben, wie stark der Pirat ist. Wir gehen mal hier hin. Ist egal. Irgendeinen... Jetzt müssen wir etwas warten. Wir stellen uns einfach hier in die Weggabelung. Ein hässlicher Pirat. Perfekt. Was willst du, Dreckschrubber? Mein Name ist Guybrush Riepwood. Du bist des Todes. So, wer fängt an? Ja, gut. Wir kennen nur die beiden. Wir kennen aber schon die Antworten. Von daher ist das egal. Mein Schwert wird dich durch Aufspießen wie einen Schaschlick. Ich schaudere, ich schaudere. Ja, mein Gott. Jetzt kennt er noch nicht mal die einfachsten Wettkämpfe und Beleidigungen hier. So, dann gibt es natürlich nur leider... Ach, wir verbrauchen es einfach mal. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ich schaudere, ich schaudere. Der ist ja voll schlecht, der Typ hier. Naja, dann machen wir was Einfaches. Junge, bist du hässlich? Ha, was Besseres fällt dir nicht ein. Jetzt bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Ich hoffe, ich muss nicht so oft die Pause-Taste drücken. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Nuge, die Antwort kennen wir ja. Wir passen, du kämpfst wie eine Kuh. Und schon haben wir den Kampf gewonnen. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Na gut, okay, das war jetzt nicht so der Hit. Hässlicher Pirat. So, auf in den nächsten Kampf. Ey, hoffentlich ist es was wichtig. Mein Name ist Guybrush Rebord. Du bist des Todes. Worum fange ich eigentlich mal an? Naja gut. Junge, bist du hässlich? Mal gucken, ob er jetzt endlich mal was hat. Hat schönes. Was für einmal törhafte Beleidigungen. Sehr gut. Das scheint ein würdiger Gegner zu sein. Jetzt wollen wir mal schauen, was kommt. Und zwar, Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Also, Menschen fallen mir zu Füßen. Die Antwort kenne ich noch nicht. Sehr gut, habe ich zumindest schon mal eine neue Beleidigung gelernt. Ich bin besser als du. So, was haben wir Neues? Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Also, Fuchtelei mit Fechtkunst. So, die Antwort kennen wir auch noch nicht. Das ist ganz hervorragend. Das haben wir zwei neue Beleidigungssätze gefunden, beziehungsweise erlernt. Hässlicher Pirat. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal beim... Ne, blutrünstig nehmen wir nicht. Dreckiger Pirat. Ja. Gehen wir mal zum Dreckigen.